Out, Ballaklava. Äh, Baller was? Rapperin Loredana macht den eigentlichen Trend vor. Ballaklava, das ist nämlich die Sturmhaube oder die skiähnliche Mütze im extra dicken Stricklook. Kommt ursprünglich aus dem 19. Jahrhundert. Da haben nämlich Frauen ihren Soldatenmännern gegen die Kälte vermummende Mützen gestrickt. Tragen Influencer jetzt rauf und runter. Aber jetzt mal Butter bei den Fischen. Ne bunte Stirnhaube auf dem Kopf? Die tut doch nisch. Wir finden Ballaklava, ein bisschen Ballaballa und nicht coolchen.